Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 35 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe noch eine Tasche für dich. Ich habe noch eine Tasche für dich. Ich habe noch eine Tasche für dich. Ich habe ein neues Spielzeug. Ich habe ein neues Spielzeug. Ich habe ein neues Spielzeug. Ich mag keine Croissants. Ich mag keine Croissants. Ich mag keine Croissants. Ich mag keine Croissants. Heute frühstücken Maria und ich zusammen. 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 Draußen ist nichts los. Draußen ist nichts los. Draußen ist nichts los. Regnet es immer noch? Regnet es immer noch? Regnet es immer noch? Ich verstecke mich hinter dem Vorhang. Ich verstecke mich hinter dem Vorhang. Ich stecke mich hinter dem Vorhang. Hast du genug Brennholz für den Winter? 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 Ich kann es kaum erwarten. 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 Ich stehe auf unserer neuen Treppe. Ich stehe auf unserer neuen Treppe. Du hast schöne weiche Hände. Du hast schöne weiche Hände. Du hast schöne weiche Hände. Ich esse mein Croissant mit Messer und Gabel. Ich esse mein Croissant mit Messer und Gabel. Ich esse mein Croissant mit Messer und Gabel. Wir bemalen gemeinsam Ostereier. Wir bemalen gemeinsam Ostereier. Wir bemalen gemeinsam Ostereier. Ich tanze auf dem Sofa. Ich tanze auf dem Sofa. Ich tanze auf dem Sofa. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Farbe tropft vom Pinsel. 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 Es ist ein schöner Sommertag. Es ist ein schöner Sommertag. Das ist ein schöner Sommertag. Charlotte geht am See entlang. Charlotte geht am See entlang. Charlotte geht am See entlang. Emily gibt den Pflanzen Wasser. Emily, gib den Pflanzen Wasser. Jessica wiegt ihr Baby in den Schlaf. Jessica wiegt ihr Baby in den Schlaf. Jessica wiegt ihr Baby in den Schlaf. Die beiden bauen das Zelt auf. Mia lehnt sich an das weiße Geländer der Brücke. Mia lehnt sich an das weiße Geländer der Brücke. Jeden Morgen bereite ich ein frisches Frühstück mit Körnern und Früchten zu. Jeden Morgen bereite ich ein frisches Frühstück mit Körnern und Früchten zu. Das Schattenspiel Das Schattenspiel Das Schattenspiel Pingxi Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Schattenspiel Das Schattenspiel Das Schattenspiel Das Schattenspiel Das Schattenspiel Das Schattenspiel Vielen Dank.